Herzlich Willkommen zu Final Fantasy 14 Part 29 Und ich latsche in diese Richtung Weil ich will Was so viel Spaß macht Und der Sternenhimmel Gewaltig ist Das Spiel passt sich an die Uhrzeit an? Ich denke ja Ich denke das Spiel passt sich an die Uhrzeit an Sonst wäre es ja jetzt nicht dunkel Ich gehe die ganze Zeit falsch Hä, wo muss ich denn da hin? Da muss ich hin Ja natürlich Oh mein Gott Ich bin hier Hier Der Dicky Das nennt man doch Füllwort, oder? Oder gibt's da einen anderen Begriff dafür? Füllwort, oder? Schwachsinn. 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 Was gibt's? Unterschreibe mir dieses Blatt Papier. Bedächtige Gestalten wurden im Wald gesichtet. Verstanden. Wir werden nach ihnen suchen. Ups. Ist das schon der richtige, oder? Hier mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Schreiben gelesen habe. Als nächstes steht Berna auf der Liste. Du musst also nach Zwiesekron im Süden. Pass auf dich auf. Das ist kein Quest, das ist so ein Freibrief. So. Das erkennt man an den Karten. Du machst dich ja ganz ordentlich. Da könntest du dich glatt mal an ein paar Freibriefen versuchen. Was meinst du? Sammelerlasse erfordern das Auffinden und Sammeln von bestimmten Rohstoffen in der Natur. Je nachdem, welcher Gegenstand gefragt ist, musst du dich vielleicht in Gebiete wagen, die von gefährlichen Kreaturen bewohnt sind. In solchen Fällen solltest du dich so vorsichtig wie auf Quailpoten bewegen. Fisch. Fischer. Keine Streibliefen vorhanden. Toll. Gefecht. Dünger oder Leben. Reißfeste Ranken. Biologische Kettenreaktion. Und das Flussmonster. Ja, dann machen wir doch alle, oder? Noch mehr Quests. Yay. Das macht so viel Spaß. Stufe 1. Noch was. Ich mach die jetzt. im tiefenwald beginnen das ist aber doch ein bisschen weit weg wir sind ja im tiefenwald die gibt es da noch oder sind es die das flussmonster ok da können wir schon mal hingehen das ist einer der freigriefen da komme ich raus ich bin ein waldläufer ich kenne mich aus ah ja genau die sind ja immer grün die dinge was muss ich da jetzt holen da muss ich doch diese karte bedöne wo ist denn die ah ja genau kann sein ja das wollte ich ja eigentlich auch ja beginn wo ist mein cursor ja das werde ich schon überleben obwohl eine stufe plus vier ja zum gingen sind heute voll die penne sind nein da die also noch etwas wieder ich hoffe das kann man das genau ich muss ein wenig wieder wissen wenn sie noch die nächste was ist schon Okay. 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 Verdammt sehr. Shiny there. Okay. 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 Ich hab 20 Minuten Zeit. Bis es wird knapp werden. Ich glaub das schaff ich nicht. Bleib getfesselt. Die Sessel wird zwar eben gar nichts. Ja aber was bringt mir die Fessel dann? Manchmal bleibt er aber auch stehen wenn ich auf ihn schiesse. Doch, das könnte sein. Das ist mir auch aufgefallen. Wo ist denn der andere? Ich glaube, da vorne. Oh! Wieso kann ich denn das? Ich bin da. Hier. Noch einer. Schüsse! Ich muss hier stehen bleiben. Bruder, es geht eben dreimal und dann kostet es. Ja, dann geht er zurück. Du machst dich ja ganz ordentlich. Das sagt er schon wieder. Danke, dass er immer dasselbe sagt. Ich möchte meine Belohnung abholen. Du bist in einem Stück zurückgekehrt. Die Gebiete scheinen mit deinen Taten zufrieden zu sein. Hier ist deine Belohnung. In vier Stufen erhöht. Nicht schlecht. Ja, da haben wir mehr bekommen, als wir eigentlich bekommen hätten. Als Bonus. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Wieso kann man das nicht mehr machen? Das haben wir doch gerade schon gemacht. Sind das Dinge, die man immer wieder tun kann? Oblösen. Aber die Nussknackerbande haben wir noch nicht gemacht. Das bist du ganz. Ich mag es nicht mehr machen. Ich würde mir auch mal aufrechnen, Kluder. Ich würde Angst nehmen. Ich möchte aber meinen Zuschauer hier nicht ... ... was verpassen lassen. Durstigen Bestien sind doch voll interessant. Außerdem krieg ich diese Routine und Gil. 80 Routine kriegst du das. Ja, das bringt einiges. Du brauchst circa 20.000 Pünken. Krieg ja auch Belohnung. Dann machen wir das halt weg. Ich glaub, ich hab manche sowieso schon gemacht. Wieso ist der jetzt noch da? Ich würd ihn gern entfernen. So, dann machen wir jetzt Tino. Und dann war's das. Okay? Weil da hab ich schon bissl Routine bekommen. Dass das jetzt auf einmal hier grün ist. Das ist aber, da findet man kein anderes Wort. Es ist ja hier vor mir. Was soll ich da für ein anderes Wort verwenden? Hier. Dort, da drüben? Wenn's doch direkt vor mir ist, dann kann ich doch sagen, hier. Ja, sehr gut. Das ist kein Füllwort. Wenn ich sag, hier. Ja, hier. Dann, dann ist es ein Füllwort. Aber nicht. Da, hier. Sag. Ich schau mal, was ich denn lieber machen muss. Ich muss ihn doch erst wieder beginnen. Ja, jetzt chill doch mal ein bisschen. Lass mich doch erst mal dahin gehen. Dann beginne ich doch den da. Wie ist es der, der bei dem du jetzt stehst? Vermutlich, weil sonst könnte ich ihn nicht beginnen. Den kann ich auch beginnen. Weiß feste Rampen. Das wär irgendwie cool, wenn du mal auf die Questioner zu greifen denkst. Dass du dich mal so ausprobieren musst. Das geht auch bestimmt, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. S brilliant. Abwech ist es einfach. So, wie sehr viel wie ich sieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber nachsoit reached nicht alles. Ich weiß es nicht. Wenn ich die Füllungen schmer habe. Ich weiß es nicht. Das war nicht so ein Stück. Oh Oh Ist das your own? Mann Hey I I I I I I I Ja, der hat nichts gebraucht. Weil normalerweise hab ich gleich nur einen. Komm, komm. Jetzt soll mir das kommen. Ich hätt gern die Verhüften. Versteck dich durch. Bitte verlier was, bitte verlier was. Yay! Und wir geben ihn wieder ab. Wieso ist er da? Ich kann's nicht. Dann dringen wir die Flatsachen. Das ist die Flatsache. Das bringt alles nix. Bringt sie ab? Was? Ja, eigentlich bringt es ja schon ziemlich was. Weil mit der Belohnung mach ich tausend ungefähr. Mhm. Und für die einfachen Quests ist es nicht schlecht. Aber es ist halt langweilig. Ja, langweilig find ich's nicht. Ich find's langweilig. Ist das wahrscheinlich dann da vorne, oder? Ja, dann machen wir das noch. Ja. Hm? Ich auch. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir im nächsten Fort. Vielen Dank fürs Zugucken. Like, kommentiert, abonniert. Ich würd mich freuen. Bis zum nächsten Mal.